Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier unter UpsetTV und ihr fragt euch sicherlich, weswegen letzte Woche Sonntag kein Up-News kam. Das liegt einfach daran, weil ich im Urlaub war auf einer Kreuzfahrtreise und deswegen hatte ich wenig Zeit. Eigentlich wollte ich ein Video vorproduzieren, das auch geplant hochladen, allerdings ging das nicht ganz so. Und deswegen habe ich einfach gedacht, dann lasse ich einfach mal gucken. Das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's. Und vielleicht weitere geliken würdet, das würde mich echt mega freuen, weil dort lade ich Relive, Bilder hoch und ähnliches. Andererseits gehe ich bald, also ist ja nächste Woche schon, zu beiden Tagen auf die Videodays und am Mittwoch auf die Gamescom. Also Mittwoch ist die Gamescom, am 23.08. bin ich bei der Gamescom und am Donnerstag und Freitag am 24.08. und 25.08. bin ich auf die Videodays. Und falls ihr mir zum Beispiel bei Instagram mal direkt nachrichten, könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr da auch hingeht und ob man sich eventuell mal treffen könnte. Ich glaube, ich fände die auf jeden Fall echt cool. Und ja, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wer alles noch zu Gamescom und zu dem Video da es geht. Und ja, ich werde mich da auf jeden Fall mit ein paar Treffen, vielleicht werde ich da auch einen Vlog machen, muss ich gucken, ob ich es schaffe zeitlich. Und ja, außerdem bin ich jetzt gerade aufgestanden und deswegen höre ich mich nicht ganz so knusper an und bin auch in Trijump nicht ganz so gut. Aber macht ja nichts, das sage ich dabei immer. Dann gibt es noch ein paar Mitteilungen. Genau, bald startet ja noch VAR-X-Battle, startet bald, ja. Und da bin ich auch mega gespannt, wie es wird, aber wir haben da echt noch wenig geplant und getan und gemacht und ähnliches. Ich bin mal echt gespannt, wie das so wird und ja, was ich sonst noch sagen kann, eigentlich gar nichts wirklich. Ich bin mega gespannt und ja, es ist momentan echt viel stressig, Videos zu produzieren, aber ich versuche jetzt samstags, sonntags wenigstens ein Video zu bringen, online zu bringen. Und ja, genau. Dann noch eine wichtige Mitteilung, genau. Und zwar, ihr könntet gerne ein Like da lassen, wenn ihr auch wollt, dass ich mal andere Spieler hier auf meinem Kanal bringe. Und zwar, ich habe mal eine komplette Serie Resident Evil 7 aufgenommen und ich möchte halt wissen, ob es euch interessiert, ob ihr das sehen wollt. Und wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare und lasst mal ein Like da, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich das mal bringen soll und mal online stellen soll über Resident Evil 7. Und ich wollte mal halt generell andere Let's Plays mal ausprobieren, mal wirklich mein Let's Play Leben führen. Und ja, das geht halt dann dementsprechend nur, wenn ihr das natürlich auch wollt. Und natürlich muss ich selbst Spaß an YouTube haben, habe ich auch derzeit sehr. Allerdings möchte ich aber auch ein bisschen euch darauf beeinziehen, weil mir macht es natürlich mehr Aufwand, aber wenn ihr sehen wollt, mache ich es für euch gerne. Und ja, dann sonst Video, den gerne mal in die Kommentare, da würde ich mich mega freuen. Oder ihr könnt euch jetzt auch bei Instagram, bei Direktnachrichten auch ein paar Vorschläge senden. Ich antworte vielleicht nicht auf jeden, aber vielleicht auf die guten, antworte ich gerne mal. Und ja, können wir dann mit euch mal ein bisschen schreiben. Ähm, genau. Und dann würde ich mal sagen, dann viel Spaß noch mit dem Rest des Videos. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video wieder. Wahrscheinlich wird das dann nächsten Sonntag, vielleicht kriege ich vorher noch ein Video hin. Wäre auf jeden Fall cool, aber vielleicht Upgames. Upgames wird vielleicht einmal Mitte der Woche kommen. Und jo, dann bis zum nächsten Mal. Aus da rein. Und ciao. Leute. Aus da rein. We'll get real lost again I know where we can go When we sunrise, we'll forever And it's all you and me Here's the sky and light We'll be right back 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 Bis zum nächsten Mal.